Leute, unsere Generation, wer auch von diesem Song ein schönes Video haben möchte, wir spielen den Song aller 30 Minuten hier auf unserer Bühne. Gebt einfach eure Handys hier ab. Übrigens, wer heute einkaufen geht, wir stehen heute fest. Sehr viele gut gelauerte Frauen besuchen heute das Konzert, das ist ganz klar, denn das ist ja heute mit Mehrwert. Firebirds und Einkaufen. Geil! Ja, da platzt es raus. Sie wollten es doch nicht, aber in dem Moment, als ich das Wortschlauch einkaufen, geil. Rausgeplatzt. Ganz da. Vielleicht für den ein oder anderen Mann, der sich heute zu Hause verabschiedet hat, aus dem Fall, den Jan Kohnkopf gesagt hat, wie vorhin das war mit dem Einkaufen, das geht heute Sonntags ausnahmsweise. Wenn ihr mit den Sachen da rausgekommen, die ihr liebt, also ich sag mal so 4-6, 6-pack-4 und ein paar schöne Wuppsteaks, guckt immer, dass ihr noch irgendwas totalisierendes zur Beschwichtigung, wenn ihr das Abschiedsgabe dabei habt, eine schöne kleine Grußkarte und dann bitte Jungs. Dann verzeichen das aus, ja? Das gibt es heute alles hier, wir haben uns schon ein bisschen umgeguckt. Der Alex hat jetzt nur noch so, das ist verhammer. Das sieht dann wieder aus, und ich sehe wieder aus, als wäre ich in der Hand. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch ein bisschen Musik heute mitgebracht. Für diejenigen, die wissen wollen, wie der Tag heute abläuft, wir werden heute mehrmals spielen. Das heißt, damit wir konditionell durchhalten in den nächsten 6 Stunden, ist es wichtig, dass ihr, wenn wir nicht spielen, vielleicht euch ein bisschen verteilt, ihr wollt die Geschäfte so kutu-kutu, auf einmal also ein bisschen rumlaufen, gucken, die Augen schärfen und dann immer wieder zurückkommen. Wir haben auch einen Plan, da könnt ihr euch sagen, äh, bleib cool, ja, dann wir spielen, und zwar, du schreibst ja immer mit, schreibst ja immer mit, nee, schreibst ja immer mit, schreibst ja immer mit, du kannst ja immer nicht werfen, schreibst ja immer mit, so, sagst ja nochmal, also 13 Uhr, ist schon fast vorbei, und dann sind wir das nächste Mal hier, wir sagen, das ist jetzt noch zu kompliziert, das nächste Mal sind wir dann hier um 14 Uhr 5, hast du, 14 Uhr 5, 14 Uhr 5, 14 Uhr 5, wiederholt nochmal, 14 Uhr 5, nicht vor 5, 14 Uhr 5, also 5 mal 15 Uhr, 55 vor 5, also klar, ja, also Freunde, ihr wisst Bescheid, wenn ihr euch da mal hier zum großen Shopping verteilt, seid bitte rechtzeitig wieder hier, 14 Uhr 5, wann müsst ihr wieder hier sein? 14 Uhr 5, richtig, das hat ein bisschen was Sektenlesig ist, aber wir gehen da gerne auch nochmal sicher, ähm, ansonsten, ähm, hat sie alles auf dem Handyvideo, wenn ihr die Informationen nochmal hören wollt, einfach hierher gehen, wie das Video-Eukon, was ihr alles braucht,